Huuu yeah ok nein Scherz ach fick dich normal jetzt eh Weltkampf ich bin wieder da hier mit diesem Tank-Age 3 Zeug dann Dingens Bar beim Zellenspielen Dingens da und Stufe 2 Dingens da und Stings ähm Nehmen wir mal Vegeta Hallo Vegeta Zweite Form Wir nehmen den in einem Korrao in Anzug Die meinen das ernst Natürlich Klaus Wir meinen das immer ernst Na los Die japanische Zeichnung ist mir jetzt gerade gar nichts weil ich die gar nicht kenne Na alles klar Peter Namen Wir machen dich tot Wir töten wir machen dich nicht bewusstlos wir töten dich genau Synchro von läuft noch das ist schön Das es läuft Ich kann auch laufen Ich bin die Synchro von 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 diesen Zweiten Dingens da von Vegeta Klingt viel besser als hier von Den ersten Keine Ahnung Mensch Ich finde diese Synchro einfach viel besser als Alle anderen Ja Ja Natürlich Du alter Sack Hast du keine Werkzeugen Na Bams Alter Bams 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 Mach doch Bams F H Finale Flush Na los Ich finde es lustig, dass sie bei Tenka-Chi-1 die Rotna-Attacke denen verfolgt. Nachher müssen wir Goku zeigen, oder was? Ich krieg langsam Hunger. Was ist das für eine Dreckssaison? Na los! Der Typ ist auch lustig irgendwie, aber... Ich finde es cool, dass er so schnell geschlägt hat. Ja, toll! Oh, Penis! Ja... Ich mach komische Geräusche, ich mir super egal. Ja... In dein Gesicht! Ich zeige euch, wer Nummer 1 ist! Ach komm, den Scheiß, wir Affen, würde ich das nicht mehr sehen hier. Ja, jetzt kommt dieser Slug. Ja, ich weiß nicht, ich spreche das falsch aus. Ich mach das extra, Leute, Mensch. Ich bin noch kein Bob. Oh, doch. Nein, Scherz. Ich bin kein Bob. Komm, ich will jetzt endlich... Was? Ah, okay, gut. Du, 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 du... Zehn... ...kleine Bälle in der Face hat ihm schon gefallen. Ich kann dir auch ein paar Schläge in dein Face geben. Ja, gerade als ich auf Verwandlung gedrückt hab, ne. Lang gedauert hier, wie geht das? Das ist langsam alt. Loll. So ein Drecksack. Ja, die Kämpfe gehen für mich so schnell, Mensch, irgendwie. Oh, ja. Okay, wir machen die finale Flash-Attacke. Und wenn wir den endlich mal Final Flash'en... Was erwähnt sein? Ne so aus. Ja, wie und wie wir zwei Saarl kaputt waren. Riesenexplosionen, die alle stecken. Hä, das sieht irgendwie... Langsam sieht das ein bisschen gay aus, wie das ich mit zwei Fingern hier an seinen... an seinen... an seine Hüfte hält. Ach komm, was ist denn das? Jetzt müssen wir schon wieder gegen den Bäraffen kämpfen. Na los, wir machen nicht fertig. Irgendwie man mit sich aus China angst, genau. Also, wenn ich jetzt abbrechen, dann nenn ich das Epic Fail. Geldstrahl. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. 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 Das ist ein paar Sachen. Woh, das ist so knapp. Ich teue, ich verraue. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Oh, das war die Falschhörterge, geil. LOL! Perfekt. Ja, das ist billig mit dem Wehraffen. Ach, ich habe mich gerade gewundert, warum Perfekt steht und ich hatte Leben verloren und dachte, warte, Herr, wieso Perfekt? Okay, Cell. Vegeta und Cell sind ja so... ...rivalen, würde ich mal sagen. Wow, die Finale. Ich dachte nicht, jemand wie dieser könnte in diesem Weltraum existieren. So, Perfekt. Oh, ja, Mensch. Es gibt keinen Perfekt. Wenn er perfekt wäre, dann wäre er nicht abgereckt. Sie müssten nicht schreiben, Perfekter Cell oder so. Weiß ich schon nicht. Du wirst nicht auf deinen Weg gehen. He 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 he. Lass mich dir die Terror der Perfektion zeigen. ... ... ... ... ... ... ... ... Frisch das! Oh ja? Du versuchst mich anzugreifen, du Arsch. Alter, die Fresse und frisst die Scheiße, die ich hier gerade gegeben habe. Ich stirb selber! Wow! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es, wir haben es, wir haben es geschafft! Da, 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 da! Sick! Wüste Nacht! Aufschreiben! So ein Quatsch, dass es nachts, abends und tags gibt, Alter! Mein Stift schreibt nicht mehr, was ist das denn für eine Gel... Wüste! Wüste! Nacht! Oder? Ja, Nacht! So! Kriegen wir auch noch einen Dragon Ball? Ach komm, was ist denn das hier? Dass wir wenigstens einen Dragon Ball geben können! Ja, gut, ich würde mal sagen, für die heutige Aufnahmesession habe ich, glaube ich, genug! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute! Schreibeidegen Ball Z Tenkei Chitri! Budduka Tenkei Chitri! Scheiß drauf, Tschüss! Wieso nehm ich noch auf? Tschüss!